Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal in dem Video Display. Hallo! Ich werde jetzt hier erstmal alles groß machen. Jetzt müssen wir nur einen Balken holen, so, koppeln, V, ja genau, ein Balken, weil jetzt weiß ein bisschen viel. Wird das krass mal funktionieren? Drück bitte alle die Daumen. Ich werde doof. Ich werde vor allem auch weh machen. Ach, wir haben ein bisschen schlecht aufgeladen. Hochkramt gestellt. Ich meine, dass wir noch Hochkrampeinstattung haben. Die Aufgaben, das geht auch. Man sieht. Ja. Jetzt denke ich, dass das auf der Seite stabiler ist. Das hier auch so ist. Ich hoffe, die Idee ist es vielleicht auf diesem Augenblick auch, wenn ich die auskenne. Ich hoffe, dass das wirklich sehr stabil ist. Ich muss eigentlich nur noch mal sagen. Nein! 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 Es geht nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Erstmal legen wir nicht aus. Die schicken wir jetzt erstmal nach Hause. Hm. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Es geht nicht. Das machen wir nicht. Aber mit der Absatz zu sehen. Los chuyen oder die Absatz zu sehen. Abonnieren. Aber demeser ist die Absatz zu sehen. Das sind die Absatz zu sehen. Das hören wir nicht. Die Absatz zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh! Oh, das ist echt schön! So, dann fängt es bei dir hier. Ach, was will ich jetzt tun? Zum Händler. Händler. Ach, willst du das Ding erstmal liefern? Das Ding liefern wir uns. Großer Krone. 2, 4, 10 Kreis müsste das sein. Ja, 10 Kreisel, kann ja auch hin von der Große, ja. Ja, für nächste Woche kommt dann auch ein... Lassen wir uns schnell überlegen, wie heißt das. Ein... Den... Äh... Linksverkauf geht rein. Ein Flüstingerverkauf, weil so viele Flüstinger, wie es gibt... hier in Klingbach durch die ganze... das Klärwerk. Das große Klärwerk. Das kostet so ein Kompakt, leider. Wahrscheinlich bin ich grad so nervig. 49 plus Palettenkabel sind mir bei. 49 plus 2. 40, 50... Wir sagen mal 53.000. und... Das ist das Wasser. Die sind... Das ist das Wasser. Da, ich sehe da weg. Das ist das Wasser. Ist das Wasser. So, das wird sie dann weg. Wie viel wäre das? Machen wir nur ein Bein aufschneiden, haben wir auch genau 4.000 Liter. Ich hoffe es mal zu Ende ist. Wird noch zugekloppt. Wollen wir noch nicht aufkloppen? Du kannst mit dir auch schon mehr hinfahren. Du musst dich bisschen vorfahren, du stößt mich so total an. Naja, schon mal nichts. Der Mischfutter, Mischmutterfischwagen. Wo ist der Bein hin? Das ist jetzt Dienstag, für Donnerstag könnte ich einen mit reinnehmen, glaube ich. Fürs Wochenende kommt einer rein, denke ich mal. Der Krieg ist hin. Wir stehen jetzt auf jeden Fall Mittwoch auf. Wenn wir das doch richtig aufnehmen wollen. Und danach kann ich kurz aufhören, kann er noch reinnehmen. Da hätte ich schon Bock, die Tage durchzukriegen noch. Puh, es ist schwer. Puh, es ist schwer. Ja. Ich passe ja nicht so gut, die werden ganz länger, okay? Ich ziehe das ja selber. Ich komme hier nicht rein. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß. Aber es gibt noch den Eingang. Der Seite muss außen noch umfallen, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt nicht so schön. Ich weiß nicht, was es für eine Hähnchen gefallen hat. Lass es doch um. Schaut beim Mischmutter vorbei, macht es gut. Und tschau tschau.